Hallo, ich bin Katrin von Brenkeromich. Hallo, ich bin Claudia von Brenkeromich und das ist Ida. Ida macht heute einfach mal mit. Heute wollen wir uns nämlich erst mal kennenlernen. Das machen wir, indem wir uns gegenseitig Fragen stellen. Das wichtigste Wort dabei ist das Wort WER. Außerdem brauchen wir noch die Wörter ICH und NICHT. Los geht's! Wer mag Schokolade? Ich. 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 Wir alle mögen Schokolade. Wer mag Brokkoli? Oh, Ida mag kein Brokkoli. Ida, du könntest sagen, ich nicht. Wer mag Brokkoli? Ich. Nicht. Ich mag auch nicht so gerne Brokkoli. Ich mag Brokkoli. O. Schaut mal. Wer mag Corona? Ich nicht. Ich nicht. Keiner mag Corona. Hier ist ja noch was. Hier ist Knallfolie. Wer mag denn Knallfolie? Ich. 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 Na los! Das hat Spaß gemacht. Das war super. Wir hoffen, euch hat es auch Spaß gemacht. Vielleicht überlegt ihr euch auch noch Fragen, wer was mag. Schreibt uns die Fragen noch gern. Und wir freuen uns schon auf die nächste PRD-Idee des Monats mit euch. Bis bald! Tschüss!